Als Vergeltung für die Tötung von Hamas-Chef Ismail Haniyeh und Hezbollah-Anführer Hassan Nasrallah griff der Iran Israel am 1. Oktober 2024 mit mindestens 180 Raketen an. Da Israel jetzt seinerseits mit Vergeltung droht, ist die Gefahr eines umfassenden Krieges im Nahen Osten so groß wie seit Jahren nicht mehr. Nach außen hin laufen seitdem international verstärkte Bemühungen, um eine weitere Eskalation des Konflikts zu verhindern. Doch der Schein trügt. Bereits am 05.10.2024 landete der ZENCOM-Chef General Michael Kurilla in Israel, um sich in die militärischen Vorbereitungen Israels als Reaktion auf den Raketenangriff des Iran einzuschalten. Laut dem ehemaligen Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses Ron Paul sind dadurch die Weichen von Seiten der US-Regierung bereits auf Krieg gestellt. Er schreibt hierzu. Am Wochenende, 5. bis 6. Oktober 2024, traf der Kommandeur des US-Zentralkommandos ZENCOM General Michael Kurilla in Israel ein, um sich mit dem israelischen Militär zu koordinieren und einen Militärschlag gegen den Iran zu planen. Denken Sie einmal darüber nach. Einer der ranghöchsten Offiziere des US-Militärs plant einen Krieg in einem fremden Land gegen ein anderes fremdes Land, angeheizt mit amerikanischen Waffen, amerikanischen Geheimdienstinformationen und amerikanischen Steuergeldern. Hat dieses fremde Land der Iran die Vereinigten Staaten angegriffen oder Amerikaner bedroht? Nein, das hat er nicht. Was hat der Iran getan, um einen ZENCOM-Kommandeur zu rechtfertigen, der das ganze Gewicht des US-Militärs ins Spiel bringt, um einen Krieg, möglicherweise den Dritten Weltkrieg, zu planen? Dies erinnert stark an die Ereignisse vor Beginn des Gaza-Krieges vor einem Jahr. Am 16. Oktober 2023 besuchte damals US-General Michael Corrida ebenfalls Israel, um sich mit dessen Militärführung abzustimmen. In der Nacht vom 27. auf den 28. Oktober 2023 startete dann Israel seine Bodenoffensive auf den Gaza-Streifen. Nach einem fast dreijährigen, mörderischen und sinnlosen Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland in der Ukraine scheint ein Krieg gegen den Iran jetzt womöglich der nächste Schlag der US-Administration zu sein. Dies könnte einen Flächenbrand im Nahen Osten und einen Dritten Weltkrieg auslösen. Doch wer will einen solchen Krieg, der nur Verlierer kennt? Zur Beantwortung dieser Frage sind die klaren Einschätzungen des renommierten amerikanischen Analysten für Finanz- und Geopolitik Martin Armstrong aus dem Jahr 2022 zu Beginn des Ukraine-Krieges jetzt möglicherweise aktueller denn je. Sehen Sie hierzu einen Ausschnitt aus der Kla.TV-Sendung. Finanzanalytiker Martin Armstrong. Der Westen braucht den Dritten Weltkrieg. Der tatsächliche Grund für den Ukraine-Krieg und die Konfrontation mit Russland sei der katastrophale Zustand des weltweiten Finanz- und Wirtschaftssystems. Ebenso sei für die Verwirklichung des vom Weltwirtschaftsforum WEF ausgerufenen Great Reset jetzt ein Krieg erforderlich. In einem knapp einstündigen Interview sprach Armstrong unter anderem darüber, dass seit dem Zweiten Weltkrieg die Regierungen jedes Jahr neue Schulden gemacht haben und laut Experten ist es auch nicht mehr möglich, diesen Schuldenberg jemals zurückzuzahlen. Hintergrund dafür ist, dass die weltweiten Staatsschulden inzwischen auf beängstigende 71,6 Billionen US-Dollar, davon allein rund 30 Billionen Dollar US-Staatsschulden, angewachsen sind und auch beständig weiter ansteigen. Die Zentralbanken, die durch ihre lockere Geldpolitik die Welt in diese gigantische Überschuldung hineingetrieben haben, sind inzwischen nahezu handlungsunfähig, da sie sämtliche Einflussmöglichkeiten ausgeschöpft haben. Zudem wurde durch ihre Geldpolitik die Inflation angeheizt, ohne dabei die Wirtschaft wirklich beleben zu können. Dies bedeutet, dass die Geldpolitik der Zentralbanken und auch der Regierungen versagt hat. Durch die Corona-Maßnahmen und jetzt auch die Russland-Sanktionen wurden zusätzlich die weltweiten Lieferketten massiv gestört bzw. beschädigt, wodurch die Gefahr besteht, dass die Weltwirtschaft im Chaos versinkt. Für Armstrong ist dies alles ein Missmanagement der Regierungen auf globaler Ebene. Armstrong sagte dazu, dass die Biden-Administration die Weltwirtschaft vorsätzlich zerstört habe. Wörtlich Alles, was sie sich vorstellen können, was sie Russland antun, ist, um ihren eigenen Arsch zu retten. Das ist alles vorsätzlich. Es gibt hier keine Rückkehr zur Normalität. Was sie wollen, ist, dass Russland irgendetwas macht. Leider steuern wir auf einen Krieg zu. Diese alarmierenden Aussagen von Martin Armstrong decken sich mit denen des Finanzexperten Ernst Wolf. Dieser legte erst kürzlich in einem Interview stichhaltig dar, dass sowohl die Corona- als auch die Ukraine-Krise Ablenkungsmanöver sind. Der tatsächliche Grund sei, dass die Wirtschaft gezielt und vorsätzlich zerstört wurde, um für einige wenige Superreiche gigantische Profite zu generieren und eine nie gekannte zentralistische Herrschaft aufzurichten. Jetzt, gut zwei Jahre später, hat sich diese Situation in keiner Weise verbessert. Die weltweite Staatsverschuldung wird voraussichtlich bis Ende 2024 auf 100 Billionen Dollar ansteigen, was eine Steigerung um nahezu 40 Prozent in dieser kurzen Zeit bedeutet. Die einstige Wirtschaftslokomotive Deutschland ist in die Rezession gestürzt, während weiterhin Milliarden von Dollar und Euro in den Ukraine-Krieg gepumpt werden und die Rüstungsindustrie gigantische Profite auf Kosten der Steuerzahler generiert. In den USA droht auch noch ein Bankenkollaps von historischem Ausmaß, der sogar gezielt durch die US-Zentralbank FED herbeigeführt wird. Dies bedeutet, dass das globale Missmanagement, von dem Armstrong damals sprach, extrem zugenommen hat und immer mehr ans Licht kommt. Vor diesem Hintergrund ist ein Krieg gegen den Iran jetzt womöglich der nächste Schachzug der globalen Strippenzieher. Doch dem muss entgegengetreten werden. Hören Sie hierzu abschließend die aufrüttenden Worte von Ron Paul, die in gleicher Weise auch alle die europäischen Staaten betreffen. Dieser Krieg wird uns unfreier, unsicherer und ärmer machen. Es wird keine Vorteile geben, nur Nachteile. Wird die Biden-Harris-Regierung Israelgrünes Licht geben, die iranische Ölproduktion und andere Energieanlagen abzuschalten? Denken Sie nur an die Kosten für den Schiffs- und Lkw-Verkehr. An jeden Aspekt unseres Lebens, der von den globalen Energiepreisen abhängt. Es wäre eine wirtschaftliche Katastrophe. Wir schleichen schlafwandlerisch in einen katastrophalen Krieg, eingelullt von der ununterbrochenen Propaganda der Medien. Weitere Milliarden werden unserer Wirtschaft entzogen und viele weitere unschuldige Leben werden in diesem Wahnsinn verloren gehen. Fast ein Vierteljahrhundert später haben wir immer noch nicht die Lehren aus dem 11. September gezogen. Wenn wir Verwüstung und Zerstörung über fremde Völker bringen, die uns nichts getan haben, schaffen wir uns Feinde, die sich rächen werden. Wir schaden uns selbst und wir riskieren Rückschläge. Die Zeit, sich diesem drohenden Krieg zu widersetzen, ist jetzt.